Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Ja, Johann Großkopf, HIBC. Ich tippe den 28. Spieltag. Und zwar beginnen wir mit Concordia gegen Tuz Osthoff. Ich tippe auf ein 1 zu 2. Das nächste Spiel ist Kurslack gegen Süderelbe, wo ich auf ein 2 zu 0 tippe. Wedel spielt gegen Altona, setze auf ein 2 zu 0 für Altona. Condor gegen Meindorf, glaube ich an ein 0 zu 2. WU gegen VfL Pinneberg, glaube ich an ein 6 zu 0. Buchholz gegen Niendorf, 1 zu 2. Teutonia-Dassendorf, 0 zu 3. Rugenbergen, HIBC, 0 zu 1. Und Sasel spielt gegen Viktoria, 1 zu 1. Danke. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.